Willkommen in Kathis Kosmos! Hallo ihr Lieben! Ja, bevor wir uns die Annemarie Burland Gesichtsmaske ein bisschen näher anschauen, die ich euch heute vorstellen möchte, an dieser Stelle noch mal ganz kurz der kleine Hinweis, wenn ihr Bock habt, mir ein Abo dazulassen, freue ich mich riesig. Für euch ist das Ganze kostenlos und mich unterstützt ihr damit sehr. Gerne könnt ihr auch die Glocke aktivieren, denn verpasst ihr in Zukunft nichts mehr, vor allem auch nicht spannende Gewinnspiele, so wie das heutige. Und ja, Daumen nach oben, ist auch immer super und wenn ihr Bock habt, mir zu schreiben in den Kommentaren, freue ich mich natürlich immer riesig. So, und jetzt legen wir auch endlich los. Moment, alles klar. Und zwar habe ich im Thumbnail schon gesehen, heute soll es um dieses Schätzchen gehen. Die Hyaluron Pet Maske mit Soforteffekt von Annemarie Burland. Wer mich schon länger guckt, weiß, ich bin selber großer Burland-Fan. Ich finde einfach, die haben, also gesichtspflegemäßig, haben die so, so, so wunderschöne Sachen. Ich habe euch unten auch mal das ein oder andere Burland-Video verlinkt. Und ja, diese Maske, die wollte ich eigentlich euch schon längst vorstellen. Aber in den Irrungen und Wirrungen der letzten Wochen ist das leider irgendwie ein bisschen untergegangen. Und ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen, weil dieses gute Stück ist leider in Anführungszeichen limitiert. Aber, also die gibt es jetzt seit April. Aber ich habe gerade eben vorhin auch nochmal gecheckt, ihr kriegt die in ganz, ganz, ganz vielen Online-Shops noch. Ihr könnt die bei Pipa, Parfümerie Pipa online bestellen, Basler Beauty. Bei Mad Packs habe ich es gesehen, also tausende Stellen noch, wo ihr die quasi bekommen könnt. Infos und Preise und sowas schreibe ich euch alles unten rein. Und dann dachte ich mir einfach, das ist jetzt einfach, jetzt ist genau die perfekte Jahreszeit dafür, weil jetzt wird es gerade erst mal so ein bisschen schön warm. Und die hat so einen herrlichen, kühlenden, erfrischenden, durchfeuchtenden Effekt. Natürlich auch perfekt nach dem Sonnenbaden. Klar, das ist natürlich eine super, super Sache hier mit Hyaluronsäure. Wisst ihr, er ist so ein schöner, extremer Durstlöscher für die Haut. Und ja, und ihr seht, die hat irgendwie auch ein ganz lustiges Format. Und beim Pressetermin, wo uns das vorgestellt wurde, auch nochmal extra gesagt, ja, dass es extra quasi entwickelt wurde, dieses Packaging, ja, damit die auch nicht geknickert ist. Also die liegt jetzt da richtig schön flach drin. Vorne, hinten quasi so eine Folie. Und die Maske müsst ihr euch vorstellen, ich weiß nicht, wenn ihr die kennt, ihr kennt die wahrscheinlich. Ich habe auch schon tausendmal davon geschwärmt. Es gibt ja hier diese Hyaluron-Augenpads von Burlind. Und das sind eben hier jetzt so eine, das ist jetzt so eine schöne und die haben ja schon so einen Wahnsinns-Soforteffekt. Und das ist so eine Gelmaske, ja. Sie müssen es so richtig vorstellen. Das ist so eine richtig schöne Gel-Textur. Liegt da zwischen diesen Folien, die nehmt ihr euch, legt ihr euch auf und atmet tief durch. Ich habe mir gestern Abend eine gegönnt. Und Leute, ich sage euch, also ich meine, der Glow spricht doch für sich. Also die hat meine Haut echt so richtig schön satt durchfeuchtet. Es ist einfach richtig schön prall und frisch. Danach hat es sich angefühlt. Also Sofort-Effekt kann ich euch definitiv bestätigen. Ihr legt die auf. Wie lange habe ich sie drauf? Ja gut, ich habe sie ein bisschen länger. Ich gestehe. Also nach zehn Minuten soll man die abnehmen. Ich hatte sie so fünf Stunden und 20 Minütchen drauf. Hat auch wunderbar funktioniert. Ich bin ja auch immer super empfindlich. Wenn da irgendwas drin ist, was die Haut reizen könnte, dann reagiert eigentlich meine Haut immer sofort. Bei so Masken oder Ampullen. Meine Haut hat die geliebt. Ich war, das war wirklich so ein, ach, gestern war irgendwie auch so ein anstrengender Tag. Keine Ahnung, Wochenendeinkauf. Hier nochmal durchputzen. Alles Wochenend klar machen. Wochenend schön. Und dann habe ich mir am Abend diese Maske gegönnt. Und dann so, ah. Ja und jetzt fragt ihr euch, wenn sie sich die gegönnt hat, warum ist die denn dann hier noch so intakt? Ja, ganz einfach. Und jetzt kommen wir zum interessanten, zum wirklich interessanten Teil des Videos. Also alles andere war natürlich auch bestimmt spannend, hoffe ich mal. Aber ich habe natürlich für euch eine auch hier. Diese Maske hier, die kann einer von euch gewinnen. Und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr wie immer bei mir unten in der Box. Also einer kann diese wunderschöne Maske auch mal testen. Das ist wirklich was ganz Feines. Da könnt ihr euch einfach wirklich mal nach einer anstrengenden Woche oder vor einem Event oder nach einer durchfeierten Nacht oder was auch immer einfach mal wirklich so eine kleine, schöne Maskenauszeit gönnen. Ja. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nee, aber ist ja auch mal okay, wenn man mal ein schnelles, quickes Video hat. Also wie gesagt, wenn ihr teilnehmen wollt, schaut unten in die Box rein. Da steht alles drin, wie ihr mitmachen könnt. Und ja, dann glaube ich, habe ich euch eigentlich alles verraten zu der Maske, was ich wollte. Preis, was noch so drin steckt, etc. steht unten in der Box. Also für mich, ich verlinke euch direkt auf die Seite von Berlin. Ich kann noch mal ganz kurz sagen, was sie genau. Also Feuchtigkeitsspend, erfrischend, kühlend, Soforthilfe bei langen Tagen, kurzen Nächten, botanische Lonsäure. Da habe ich, glaube ich, auch mal schon ein Video dazu gemacht. Und genau, lässt die Haut frischer und wacher erscheinen. Und da ist noch Kognakwurzel drin. Ah ja, spannend. Die noch Fältchen mildert, ja. Und genau. Also wie gesagt, schaut da gerne einfach mal unten in die Box noch rein. Dann habe ich euch direkt noch auf die Seite von Berlin verlinkt. Ja, ich glaube, das war es soweit. Wenn ihr noch Fragen zu dem Produkt habt oder noch Fragen zur Verlosung, dann schreibt mich gerne in den Kommentaren an. Ansonsten drücke ich die Daumen für alle, die mitmachen und sage bis ganz bald hier auf Kattis Kosmos. Tschüss!